Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir beobachten am Amtsgericht Emmendingen einen Prozess gegen Neonazis, die mit Sprengstoff festgenommen wurden. Auf der Anklagebank sitzt eine Gruppe, bei der eine Rohrbombe, hier ein Nachbau, sichergestellt wurde. Der Haupttäter ist Oliver Roesch. Vor Gericht steht er wegen einer weiteren Tat. Hier, bei dieser Demonstration von Rechtsextremisten in Dortmund. Oliver Roesch ist dabei. Mehrfach wird er fotografiert. Die Polizei will für Sicherheit sorgen. Aber dann... Oliver Roesch hat einen Sprengsatz geworfen. Die Polizei nimmt ihn fest. Sechs Menschen sind verletzt, darunter auch ein Polizist. Tage zuvor hatte Roesch seinem Kameraden geschrieben, es wird die Richtigen treffen. Zwei der Gegendemonstranten, die von Oliver Roeschs Sprengsatz verletzt wurden, gehen mit uns zurück an den Tatort. Das ist die Szene, wo der Sprengsatz gerade explodiert ist. Ein Polizist hat die Tat gefilmt. Und selbst das hat sie nicht abgeschreckt. Selbst die Tatsache, dass sie mit Kameras begleitet wurden von der Polizei. Das ist dann die Wundversorgung, die durchgeführt wurde von den Sanitätern. Ja, es war eigentlich gut, dass wir dann zusammen ins Krankenhaus gefahren sind. Also das, dann konnte man so gemeinsam noch ein bisschen runterkommen und das hat schon geholfen. Das ist dann ein Bild von mir am Tag danach, wo man eben auch nochmal sieht, wie eben das Auge zugeschwollen ist mit den Wunden und auch den Schürfwunden im Gesicht. Herr Roesch, tun Ihnen eigentlich die Verletzten von Dortmund leid? Die Ermittlungsakten. Zwei Jahre hat die Staatsanwaltschaft Zeugen vernommen, Handys und Videos der Täter ausgewertet, Munition und Sprengstoff begutachten lassen. Außer der Rohrbombe fand die Polizei auch Videos von Sprengversuchen der Täter und Zündschnüre. Roesch hatte seinem Kameraden, der die Bombe gebaut hatte, in einer Handynachricht angedeutet, was er damit wollte. Den Angeklagten war ja zur Last gelegt worden, hier Umgang gehabt zu haben mit einem Sprengsatz, mit dieser Rohrbombe unter anderem. Und es gab Überlegungen nach Aktenlage und nach dem Ergebnisbeweisaufnahme, hier diese Rohrbombe möglicherweise an einem Flugzeug, an einem Modellflugzeug zu befestigen und dann abzuwerfen über einem Antifa-Camp. Das ferngesteuerte Flugzeug der Neonazis hat laut Staatsanwaltschaft tatsächlich die Tragkraft für die Rohrbombe. Roesch baut eine Brandbombe, die er Napalmbombe nennt. Sein Kamerad baut Sprengsätze und die Rohrbombe für das Flugzeug. Als die Polizei kommt, ist das Flugzeug voll flugfähig. Nur eine Abwurfvorrichtung für die Rohrbombe fehlt noch. Der Gutachter hat in seiner Vernehmung ganz klar dargelegt, wie gefährlich diese Rohrbombe tatsächlich war, einsatzbereit. Dass von der Rohrbombe aufgrund der eingebrachten Metallkette doch eine ganz erhebliche Splitterwirkung auch ausging. Wie viele Menschen wollten Sie eigentlich verletzen mit der Bombe oder töten? Oliver Roesch und sein Kamerad verabreden sich im Regionalzug nach Freiburg. An dieser Station steigt Roesch zu. Im letzten Wagen findet das Treffen statt. Den Ermittlungsakten zufolge fahren die beiden mit einem Karton nach Freiburg. In dem Karton befindet sich die Rohrbombe. Roesch ist zu diesem Zeitpunkt schon vorbestraft wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. In Freiburg gehen sie am Abend in diese Kneipe in der Altstadt. Hier trinken sie und schmieden Anschlagspläne. Am frühen Morgen gehen sie auf diesen Parkplatz in Freiburg und testen einen der Sprengsätze. Wurde hier ein Terrorakt vorbereitet? Staatssekretärin Emily Haber ist, direkt unter Bundesinnenminister Thomas de Maizière, verantwortlich für die innere Sicherheit Deutschlands. Für die Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus. Wie entschlossen muss dieser Staat denn gegen Rechtsextremismus, Militanten, Rechtsextremismus vorgehen? Da kann ich nur sagen, mit der ganzen Härte des Rechtsstaates müssen wir bereit sein, gegen diese Phänomene vorzugehen. Sie haben jetzt bewusst das Wort Terror gar nicht ausgesprochen? Wir müssen bei dem Begriff Rechtsterrorismus genau uns anschauen, ob es tatsächlich eine Bewegung ist, ob wir sehen, dass Gewalttäter sich miteinander vernetzen. Und bisher ist unser Eindruck, dass die Phänomene noch lokal sind, dass die meisten der Täter, zwei Drittel der Täter, im lokalen Umfeld agieren, dass sie nicht überregional vernetzt sind. Wie stark war die Gruppe um Oliver Roesch vernetzt? Angela Formaniak, die Vertreterin der Nebenklage, hat seine Verbindungen in der Neonazi-Szene genau untersucht. Es gibt ganz klar Zusammenhänge, die waren gut vernetzt in der süddeutschen Nazi-Szene, hatten Kontakte in alle möglichen Richtungen. Roesch und seine Kameraden geben vor Gericht alles zu. Aber sie behaupten, die Anschlagspläne wieder verworfen zu haben, bevor die Polizei die Bombe sicherstellte. Staatsanwalt Florian Rink stellt deshalb die Ermittlungen wegen Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens ein. So wie es die Angeklagten dargestellt haben, sollte es sich hierbei nur um eine Suff-Idee handeln. Man konnte auch nicht feststellen, dass es hier wirklich ernst gemeint war. Also auch die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass das eben ein Schwadronieren letztendlich war, über Möglichkeiten einen solchen Sprengsatz einzusetzen, der nicht ernsthaft in die Tat umgesetzt werden sollte. Aber die Rohrbombe war einsatzbereit? Die Rohrbombe war hergestellt durch den Angeklagten. War an sich einsatzbereit. Und auch, wie wir von dem Sachverständigen in der Hauptverhandlung gehört haben, entsprechend gefährlich. Suffköpfe oder Waffennarren. So nennen Staatsanwälte und Richter Neonazis häufig. Sie meinen das entlastend. Oliver Rösch und ein Mitangeklagter werden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Zwei weitere Täter zu geringem Geldstrafen. Wie wäre das Urteil ausgefallen, wenn die Täter Islamisten gewesen wären? So wie in diesem Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Dschihadisten, die verheerende Anschläge in Deutschland verüben wollten. Die sogenannte Sauerland-Gruppe. Die Männer hatten Chemikalien zum Bau von Bomben beschafft. Die Anschlagsziele waren noch vage. Trotzdem ist es möglich, streng zu bestrafen. Das Gericht kann ein klares Urteil fällen. Die Täter bekommen Haftstrafen zwischen 5 und 12 Jahren. Tatsächlich die ganze Härte des Rechtsstaates. Mit welcher Härte aber verfolgt der Rechtsstaat Attentäter, die gegen Flüchtlinge vorgehen? Ein Sprengstoffanschlag erschüttert eine Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Freiberg. Mehr als 200 Menschen leben hier. Sieben werden bei dem Anschlag verletzt. Wären die Kinder bei der Explosion in der Nähe gewesen, wären sie jetzt alle tot. Allah sei Dank waren die Kinder nicht in der Nähe. Die Explosion war so heftig. Alles war voller Rauch. Das kam von der Decke runter. Im Polizeibericht steht am Tag darauf, eine Person sei verletzt worden. Wörtlich heißt es, bisher unbekannte Täter zündeten einen pyrotechnischen Satz am Asylbewerberwohnheim. Am Heim, wieso nicht im Heim? In der Presse liest sich der Vorfall recht harmlos. Der Spiegel meldet, Asylbewerber durch Böllerwurf verletzt. Die sächsische Zeitung? Unbekannte werfen Böller auf Asylbewerberheim. Und Bild? Böllerangriff auf Asylbewerberheim. Ein einfacher Böllerwurf also? Davon wird noch zu reden sein. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt wegen versuchtem Totschlag. Vier Monate später erklärt die Polizei, es war kein Böllerwurf. Es war ein Sprengstoffanschlag mit sieben Verletzten. Ist das Terror von rechts? Wie steht der Staat dazu? Wir haben jetzt einmal so eine Geschichte gehabt, da wurde ein Sprengstoffanschlag als Böllerwurf bezeichnet. Wie finden Sie sowas, wenn also ein Sprengstoffanschlag als Böllerwurf benannt wird? Ich kenne diesen Fall nicht, aber ein Sprengstoffattentat ist ein Sprengstoffattentat ist ein Sprengstoffattentat. Ist diese Klarheit auch in den Köpfen von Polizei, Staatsanwälten und Richtern? Dieser Frage werden wir nachgehen und manche Überraschungen erleben. Zurück zum Anschlag von Freiberg. Das Landeskriminalamt Sachsen unternimmt Sprengversuche. Mit unterschiedlichen Mengen Schwarzpulver, um herauszufinden, wie gefährlich der Sprengsatz im Asylbewerberheim war. Originalaufnahmen vom Landeskriminalamt Sachsen. Dieser Mann will die Täter unbedingt zu fassen bekommen, Polizeipräsident Bernd Meerbitz. Er leitet das operative Abwehrzentrum, das politisch motivierte Verbrechen in Sachsen aufklärt. Seine Spezialisten haben den Anschlag in Freiberg untersucht. Von den Ausmaßen her, sag ich mal, war es schon relativ sehr gewaltig. Und man muss doch davon ausgehen, wenn in unmittelbarer Nähe auch Leute gewesen wären, also noch näher ran, dass auch festgestellt wurde, dass schon diese, ja den Begriff möchte ich auch nennen, diese Sprengkörper, eine so hohe Sprengwirkung hatten, dass auch Menschen hätten ums Leben kommen können. Würden Sie nicht sagen, dass es auch an der Zeit ist, jetzt mal zu ermitteln wegen Rechtsterrorismus bei solchen Anschlägen, Sprengstoffanschlägen, wo es auch tatsächlich dann Verletzte gibt? Ich weiß nicht, ob das nicht, also ich verstehe die Frage sehr gut. Aber finden Sie nicht, dass das sozusagen etwas Wortklauberei ist? Eine nicht ganz unbedeutende Frage. Wir werden darauf noch zurückkommen. Von einem der Täter fertigt die Polizei ein Phantombild nach Zeugenaussagen an. Doch dieses Phantombild darf, nach Anweisung der Staatsanwaltschaft Chemnitz, nur Polizei intern verwendet werden. Veröffentlicht wird es nie. Sieben Monate nach der Tat gibt es noch immer keine heiße Spur. Bernd Mehrbitz ist dennoch zuversichtlich. Die Spuren, die wir gesichert haben, stellen wir auf Beziehungen oder Vergleiche her. Ja, dass ich schon davon überzeugt bin, dass uns auch das gelingen wird, Täter zu ermitteln. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wann. Aber es verbietet sich einfach, darüber nachzudenken, zu sagen, wir ermitteln einfach nicht weiter. Nein, nein, das passiert nicht. Das darf auch gar nicht sein. 17 Tage nach diesem Interview stellt die Staatsanwaltschaft Chemnitz das Ermittlungsverfahren ein. Die Begründung? Eine Aufklärung sei nicht mehr zu erwarten. Der Sprengstoffanschlag von Freiberg bleibt also ungesünd. Sieht so die Entschlossenheit des Rechtsstaates aus? Rückblick. Nachdem klar wird, dass die rechte Terrorzelle NSU über Jahre hinweg einen ausländerfeindlichen Mord nach dem anderen in Deutschland begehen konnte, stellt sich der Staat die Frage, warum war der Terror von rechts den Behörden nie aufgefallen? Wie konnte das geschehen? Warum sind wir nicht früher aufmerksam geworden? Warum konnten wir das nicht verhindern? Genau zwei Jahre später. Die Bundesregierung hat die Antworten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas vor der Bundespressekonferenz. Ihre Erkenntnisse? Erstens, Polizei und Justiz haben versagt. Ein zweiter Punkt, der sicherlich von großer Bedeutung ist, ist, dass es anscheinend keine ausreichende Sensibilität gegenüber den rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstigen menschenverachtenden Motive gegeben hat im Zusammenhang mit den Morden der NSU. Was haben Staatsanwälte und Richter aus dem Fall NSU gelernt? Wie sensibel ist man bei der Justiz heute gegenüber den Hassmotiven der Rechten? Wir werden sehen. Wen hatten die Täter in Freiberg im Visier? Unter anderem diese Kinder, die zum Zeitpunkt des Anschlags im Heim wohnten. Einige von ihnen kommen aus Syrien. Iris Meyer aus Freiberg und weitere ehrenamtliche Helferinnen betreuen die Kleinen. Hamza und die Naya sind mit Mama und Oma hier. Die kommen aus Syrien. Kinder, die ohnehin schon vieles mitgemacht haben. Ich weiß von den Kindern, dass die Kinder nachts nicht durchschlafen, sondern wirklich auch schreiend aufwachen, um noch diese ganzen Bilder zu verarbeiten. Und bei einer anderen Familie war es zum Beispiel auch so, das Kind hat monatelang nicht mehr gesprochen. Nach diesem Anschlag? Also nicht nach dem Anschlag, sondern nachdem sie hier in Deutschland angekommen sind, hat es monatelang nicht gesprochen. Also mit der Flucht sozusagen hat es die Sprache verloren. Sie treibt Risse mitten durch unsere Säte. Intoleranz und Rassismus äußern sich keinesfalls erst in Gewalt. Gefährlich sind nicht nur Extremisten. Gefährlich sind auch diejenigen, die Vorurteile schüren, die ein Klima der Verachtung erzeugen. Wie wichtig sind daher Sensibilität und ein waches Bewusstsein dafür, wann Ausgrenzung, wann Abwertung beginnt. Gleichgültigkeit und Unachtsamkeit stehen oft am Anfang eines Prozesses der schleichenden Verrohung des Geistes. Aus Worten können Taten werden. In welchem Klima konnte der Anschlag von Freiberg verübt werden und folgenlos bleiben? Vier Monate danach. Die Stadtverwaltung hat eingeladen zu einem Gespräch über Asylbewerber. Anwohner haben sich beschwert, zum Beispiel über Lärmbelästigung durch Kinder aus dem Heim. Manches klingt wie eine Rechtfertigung für den Anschlag. Ich stelle nur seit mehreren Monaten eigentlich die Frage, warum müssen sich die Bürger erst fürchten, bevor was getan wird. Es ist ja nicht bloß in Lieferanstaltungen hier in Freiberg, es ist ja auch in Brand-Ernsturfen die Veranstaltungen, die ich mit beobachten durfte. Das Volk fürchtet sich. Der Staat muss nie erst warten, bis irgendwie noch was passiert. Wir müssen nur die Bürger vielleicht schützen, bevor sie sich die Hände selbst schmutzig machen. Dass vielleicht jemand überreagiert, kann das nicht passieren. Die Hände selbst schmutzig machen? Überreagiert? Was ist damit gemeint? Alleine diese Aussagen, es ist mit dem Wohlstand vorbei. Auf welchen hohen Wohlstand leben wir denn eigentlich? Die nehmen uns die Arbeit weg. Kenne ich alle diese Parolen? Dann ist das nichts anderes, wie Leute einzuschüchtern. Oder man kann auch den Begriff gebrauchen. Tut doch endlich mal was da dagegen. Die Politik macht schon nichts. Aber das kann es nicht sein. Auch Iris Mayer ist bei dem Anwohnergespräch dabei. Auch sie ergreift das Wort. Mein Anliegen ist jetzt ganz speziell, wirklich auch Kinder und Familien, die hier in Deutschland ankommen möchten, einen bisschen einen Weg ins Leben zu finden. Und ich kann es schwer aushalten, dass es eine große Antistimmung ist. Ich möchte auch gerne einfach appellieren daran. Das sind Menschen, die haben was Schlimmes teilweise erlebt. Und ich möchte, dass sie die Bürger wieder halten dürfen. Doch mit dieser Haltung bleibt Iris Mayer heute allein. Die Stimmung ist gegen Flüchtlinge und sogar gegen die Polizei. Das, was momentan läuft, ob hier im Freistaat Sachsen, ob in anderen Bundesländern, das hat schon eine Art Prokromstimmung. Wissen Sie, das beschäftigt einen schon. Wenn jemand auffordert, ich fordere alle auf, den Mervitz aufzuhängen. Das ist passiert. Ja, und ich kann damit umgehen. Ich muss auch mit meiner Familie darüber reden. Es sind doch andere. Es ist nicht nur der Polizeipräsident. Es sind Oberbürgermeister. Ich sage das ganz ehrlich, das habe ich mir nicht träumen lassen. Aber Träumereien, den darf man sich nicht hingeben, das ist Realität. In Freital, ganz in der Nähe von Freiberg, flog das Auto des Vorsitzenden der linken Stadtratsfraktion in die Luft. Die Gefährlichkeit dieser Anschläge wird nicht nur in Sachsen, auch bundesweit zugenommen. Und das stellt uns auch vor völlig neue Herausforderungen. Völlig neu. Und in Freital gab es zwei Sprengstoff-Explosionen vor den Unterkünften von Flüchtlingen. Ein Mensch wurde dabei verletzt. In Dresden traf es ein alternatives Wohnprojekt. Sieben Sprengstoff-Explosionen in 2015. In einem Umkreis von 50 Kilometern. Brand-Erbisdorf und Freiberg sind ja nur sechs Kilometer voneinander entfernt. Beides mal selbst gebaute Sprengsätze. Suchen Sie da konkret nach Zusammenhängen zwischen solchen Fällen? Natürlich. Alle derartigen Sprengstoffanschläge, das ist auch nicht nur, dass wir das hier in Sachsen, Freiberg, Brand-Erbisdorf, gleiche Begehungsweise. Da sind wir uns drüber im Klaren. Vom objektiven Befund her, also den Untersuchungen, die auch geführt wurden, da gibt es einen Dazusammenhang. Auf dem Gelände dieser Flüchtlingsunterkunft explodieren innerhalb von vier Monaten zwei Sprengsätze. Wir fragen das sächsische Innenministerium, wie oft wurden 2015 in Sachsen Anschläge mit Sprengstoff erübt. Die Antwort, einmal in Freiberg und einmal in Freital. Die anderen fünf Explosionen führt die Landesregierung nicht auf. Zu den beiden hier in Brand-Erbisdorf gibt es nicht einmal einen Polizeibericht. Dann hatten wir recherchiert, dass manche Anschläge, auch Sprengstoff-Explosionen, dass es dazu gar keine Polizeiberichte gab. Müsste das eigentlich sein? Oder sagen Sie, das hängt vom Fall ab? Oder würden Sie sagen, bei Sprengstoff-Explosionen muss es einfach einen Polizeibericht geben? Also Sie tragen mir jetzt Fälle vor, die ich im Einzelnen nicht kenne. Aber wenn es ein Sprengstoff-Attentat war, dann muss es einen Polizeibericht geben. In Brand-Erbisdorf wird nach der zweiten Explosion ein 50-jähriger Mann gefasst. Er hatte einen Asylbewerber mit einem Messer verletzt und dabei geschrien, ich schlachte die Ausländer ab. Das Amtsgericht Chemnitz verurteilte ihn wegen Körperverletzung. Aber die Ermittlungen wegen Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion stellte die Staatsanwaltschaft ein, weil keine konkrete Gefährdung vorgelegen habe. Das Ermittlungsverfahren wegen Sprengstoff wird eingestellt, weil man sagt, da liegt keine Gefährdung vor. Es gab keinen Sachschaden, keinen Personenschaden. Das verstehe ich nicht, warum man dann das Ermittlungsverfahren einstellen kann. Das ist juristisch wahrscheinlich richtig, aber verstehen Sie das? Können Sie es mir erklären? Nein, kann ich Ihnen nicht erklären. Emilie Habers Minister Thomas de Maizière stellt sich den Fragen besorgter Bürger in Sachsen. Der Bundesinnenminister hat sich darauf eingelassen, den Einwohnern Rede und Antwort zu stehen, ungefiltert. Thomas de Maizière weiß, hier wird er angegriffen werden. Wie soll ich denn mein Grundstück noch schützen? Es ist auch so, dass die Bevölkerung meiner Meinung nach besser informiert werden müssen. Ja, guten Tag, Herr Bundesinnenminister. Mein Name ist Peter Scheiber. Ich bin Vorsitzender der NPD-Kreisvermeisen. Der NPD-Funktionär hat seinen Auftritt und will dem Bundesinnenminister vor laufenden Kameras eine Anzeige gegen die Bundeskanzlerin übergeben. Frau Merkel sei eine Hochverräterin. Frau Merkel sei eine Hochverräterin. Sie sollten nicht lieber von Ihnen distanzieren, oder? Bitte Ruhe. Jetzt will ich einmal eben zitieren, was der Herr von der NPD gesagt hat. Ich soll mich von Frau Merkel distanzieren, so lange noch Zeit ist. Was ist denn das für ein Satz? Und da muss ich mal sagen, auch da hört bei mir jede Form von Dialogfähigkeit auf. Das muss ich mal sagen. Wenn es um Ausländer geht, endet der Dialog manchmal ganz abrupt. Diese Erfahrung hat Thomas de Maizière nun schon wiederholt gemacht. Ich bin Chef des THW. Da haben freiwillige Helfer des THW in Niederauw Betten aufgebaut. Und da sind zum ersten Mal in Deutschland THW-Helfer angegriffen worden, beleidigt worden, weil sie anderen Flüchtlingen geholfen haben. Muss man sich mal vorstellen. Neonazis werfen Sprengsätze auf Polizisten, die ein Flüchtlingsheim schützen wollen. Diese Bilder stellen die Rechtsradikalen selbst ins Internet. Fakt ist, dass die Polizeibeamten gezielt, organisiert, angegriffen wurden. Und das in einer massiven Art und Weise, dass wir eben diese sehr vielen verletzten Polizeibeamten verzeichnen mussten. Und das bedeutet natürlich, dass wir eine Eskalationsstufe erreicht haben, die wir so noch nicht erlebt haben. Die Sprengsätze, die gegen die Polizisten eingesetzt werden, nennen Staatsanwälte oft verharmlosend Böller oder Knallkörper. Gegen mehrere Beschuldigte wird ermittelt. Doch nur gegen einen, wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Die haben eine wahnsinnige Sprengwirkung, weil die unmittelbarer Nähe detonieren. Die ist die Polizei auch ausgesetzt. Wir haben auch reagiert in Sachsen. Wir statten unsere Polizeibeamten noch mit mehr Körperschutzausstattungen aus, die in solchen Umfeld auch mit sein. Sind Beamte verletzt worden durch solche Sprengsätze? Ja, wir haben bei Demonstrationen von unterschiedlichsten Lagerungen her schon auch diese Würfe. Es gibt auch Beamte, die verletzt wurden. Woher haben die Gewalttäter diese Sprengsätze? Die Recherchen führen uns nach Polen. Hier sind die Gesetze anders. Neben T-Shirts und Flaggen gibt es auch Schusswaffen und Munition. Dann bekommt unser Informant Sprengsätze angeboten, die in Deutschland wegen ihrer Sprengkraft verboten sind. Pyrotechnik, einfach so zu kaufen. Die Bundespolizei warnt seit Jahren vor illegaler Pyrotechnik aus Polen. Die scheint in Deutschland sehr beliebt zu sein. Alleine in Thüringen hat die Polizei 20.000 illegale Sprengsätze aus Polen beschlagnahmt. Nur im Dezember 2015. Wir wollen wissen, wie leicht man an sogenannte Polenböller kommt. Bei einem der Verkäufer erkundigt sich unser Informant nach noch stärkerer Pyrotechnik. Niemand misstraut ihm. Keiner fragt, was er mit den Sprengsätzen will. Er wird in ein Gardinengeschäft geschickt. Der Vorhangverkäufer führt ihn ins hinterste Eck des Ladens. Anzünden schnell weg. Weg. 20 Meter weg. 20 Meter. Auto kaputt. Ist für ein Auto die ganze Kiste oder ein Stück? Ein Stück. Ein Stück. Und Auto kaputt. Ich suche noch die Kugel. Oh ja, sehr gut. Die 30 Euro kostet. Und diese 100 Euro kostet. 130 zusammen. 20, 50, 50. 100. 130. Super. Tschüss. Unser Informant nimmt alles mit und will damit über die Grenze nach Deutschland. Werden ihn Zivilfahnder ansprechen? Wird der deutsche Zoll den Inhalt der Taschen sehen wollen? Wir laufen direkt an der Zollstation vorbei. Aber niemand interessiert sich für ihn. Im Internet finden wir viele Aufnahmen wie diese. Ein sogenannter Polenböller in einem Geschirrspüler. Solche illegalen Sprengsätze werden von Neonazis eingesetzt. So wie hier bei diesem Anschlag in Brandenburg. In dieser Asylbegegnungsstätte der evangelischen Kirche explodierte ein Sprengsatz. Wenige Stunden zuvor demonstrierte die MPD in Jüterburg gegen Asylbewerber. Bundesweit verübten Rechtsextremisten 200 Straftaten mit Spreng- und Brandvorrichtungen in 2015. Zu den Sprengstoffanschlägen kommen Brandanschläge. Dieses leerstehende Haus sollte eine Unterkunft für Flüchtlinge werden. Nach dem Anschlag muss es abgerissen werden. Die Täter entkommen. 2004 war das Haus schon einmal Flüchtlingsunterkunft. Damals hatte es auch gebrannt. Die Täter wurden gefasst. Sie waren Rechtsextremisten. Insgesamt wurden im vorigen Jahr 72 Brandanschläge auf Asylbewerberunterkünfte verübt. Im Jahr davor waren es sechs. Allein der schiere Anstieg der Zahlen zeigt uns, dass etwas im Gange ist. Dass die Anti-Asyl-Agitation sich sozusagen der Motor ist. Dass die existierenden rechtsextremistischen Kameradschaften oder Parteien die Gelegenheit nutzen, um das zu befeuern. Nur in einem Fünftel der Fälle wurden mutmaßliche Täter ermittelt. Wenn man so einen Täter nicht gefasst hat, dann schwebt er im übrigen Kopf mit, er kann das nochmal machen. Und welche Folgen hat das dann? Welche Folgen hat das dann? Man kann nicht immer nur davon ausgehen, dass es irgendwo knallt, eine Scheibe geht kaputt, es kann auch Menschen leben. Bundesweit wurden im Jahr 2015 bei Straftaten gegen Asyleinrichtungen 61 Menschen verletzt. Hunderte von Anschlägen auf diese Asylbewerberunterkünfte. Ich glaube 500 ist der letzte Stand. Nein, es sind bei 700. 700? Ja, bei fast 700. Warum schafft es dieser Staat nicht, das zu verhindern? Wir versuchen es zu verhindern. Die Länder versuchen es zu verhindern. Wir versuchen durch die Verfassungsschutzämter frühzeitig Tendenzen zu erkennen. Wir sehen Täter, die vorher noch nicht auffällig gewesen sind. Ein erheblicher Teil der Gewalttäter im Umfeld von Anschlägen auf Asylbewerberunterkünfte ist vorher noch nicht auffällig gewesen. Es sind viele auffällig gewesen, aber viele eben auch nicht. Wir haben einen massiven Anstieg von Straftaten gegen Asylbewerber und gegen Asylbewerbereinrichtungen. Das geht so nicht. Jeder Mensch, der hier kommt, auch wenn er morgen abgeschoben werden sollte, hat Anspruch darauf, dass er nicht mit Hass und Gewalt irgendwie konfrontiert wird. Wo sind wir denn hier? Und jetzt haben wir im Blick auf die Straftaten gegen Asylbewerber und Asylbewerbereinrichtungen mal uns die bisherigen Tatverdächtigen angeguckt. Die gibt es noch nicht alle, aber irgendwann kriegt man sie. Auch den aus Tröglitz hat man jetzt mal jedenfalls einen Verdächtigen. Doch noch an diesem Tag wird der Haftbefehl gegen den Mann aus Tröglitz aufgehoben. Nach weiteren Ermittlungen ließ sich der dringende Tatverdacht gegen ihn nicht aufrechterhalten. Zu den 850 Straftaten gegen Asylunterkünfte in 2015 konnten nur wenige mutmaßliche Täter gefasst werden. Acht wurden angeklagt, vier verurteilt. Das waren zu ein Drittel Menschen, die in strafrechtliche Erscheinung getreten waren und oft aus dem Umfeld der NPD oder anderen Rechtsextremisten. Ein Drittel. Zwei Drittel aber aus der Region und vielleicht anderswo polizeilich in Erscheinung getreten, aber nicht im rechtsextremen Umfeld. Die wenigsten Verdächtigen seien also in Neonazi-Strukturen organisiert. Ist das so? Oder stehen hinter den Brandanschlägen nicht doch Hintermänner, die überregional vernetzt sind? An einem der Tatorte nahe Ludwigshafen suchen wir nach Spuren. Abgebranntes Baumaterial vor Wohncontainern. Hier sollten 18 Flüchtlinge untergebracht werden. Kurz zuvor verübten Unbekannte einen Anschlag mit Brandbeschleuniger. War es ein spontaner Angriff oder gab es Anstifter? Die Polizei sucht nach Zeugen und Tätern. Wie wurde der Anschlag vorbereitet? Was ging ihm voraus? Nicht weit entfernt vom Tatort hatte sich zwei Wochen zuvor eine Gruppe von Rechtsextremisten versammelt. Wir treffen einen, der sie beobachtet hat. Es war eine besonders radikale Gruppe. Sie nennt sich der Dritte Weg. Hier ist so der Platz, an dem die Infostände stattgefunden haben und an dem auch Demonstrationen, Kundgebungen stattgefunden haben vom Dritten Weg. Ja, also es war natürlich immer das Thema Flüchtlinge, Asyl. Das ist das bestimmte Thema. Und es ging halt hier um die Flüchtlingsunterkunft in Limburger Hof, die hier gebaut, in dem Fall noch im Bau war. Also konkret um die? Konkret um die natürlich, ja. Und das sieht man auch anhand der Zettel und Flugblätter, die verteilt worden sind. Es gibt einen offenen Brief zum Thema Asylproblematik. Es gibt hier diese Flugblätter, einmal Asylmissbrauch in Deutschland stoppen und Asylpolitik, der etablierten Politik ist Teuchelei. Und das habt ihr hier verteilt? Genau. Genau vor dem Anschlag? Ja, genau. Das wurde hier auch verteilt, genau. Rüdiger Stein machte eine brisante Entdeckung. Unter den Demonstranten waren auch Neonazis mit Sprengstofferfahrung. Also hier kann man sehen, das ist die Demonstration am 23.05. im Jahr 2015 jetzt hier in Limburger Hof in Ludwigshafen. Und da war unter den Demo-Teilnehmern des Dritten Wegs auch der Herr Stadzberger aus München, der ja schon verurteilt worden ist wegen versuchten terroristischen Anschlag. Und der ist an diesem Tag bei beiden Demonstrationen auch mit dabei gewesen. Man sieht es hier schön mit dem T-Shirt, dem Logo der Partei, der Dritte Weg. Und auf dem Bild hier kann man den Herrn Wiese sehen, der auch wegen Rechtsterrorismus verurteilt worden ist, der auch beim Dritten Weg ist. Wer ist Martin Wiese? Sicherheitsstufe 1 im Münchner Landgericht. Schwer bewacht wird Martin Wiese heute Morgen in den Verhandlungssaal geführt. Der wohl gefährlichste Neonazi Deutschlands soll keine Chance zur Flucht bekommen. Für die Presse hat der 28-Jährige nur ein unverschämtes Grinsen übrig, das ihm allerdings bald vergehen könnte. Denn die Bundesanwaltschaft will harte Strafen, hält Wiese und drei weitere Komplizen für gemeingefährliche Terroristen. Wir werfen dem Anführer Wiese und seinen Gefolgsleuten vor, einen Sprengstoffanschlag auf die Grundsteinlegung des jüdischen Kulturzentrums hier in München ins Auge gefasst zu haben. Die Beweise dafür scheinen eindeutig. Bei einer Razzia fand die Polizei 1,2 Kilo TNT, eine Handgranate und ein Metallrohr. Zutaten für einen teuflischen Sprengsatz, den Wiese und seine Kumpane offenbar am 9. November 2003 bei der Grundsteinlegung für die neue Synagoge in München zünden wollten. Die Bombe hätte ein Blutbad angerichtet. Im Visier der Nazis waren dabei Ex-Bundespräsident Rau, Bayerns Ministerpräsident Stoiber und der Chef des Zentralrats der Juden, Paul Spiegel. Martin Wieses damalige Terrororganisation wollte eine blutige Revolution in Deutschland und einen NS-Staat errichten. Wiese wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Karl-Heinz Stadzberger zu vier Jahren und drei Monaten. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie unerlaubtem Sprengstoff- und Waffenbesitz. Manchmal rütteln uns Berichte über skrupellose rechtsextremistische Gewalttäter auf. Für einige Tage bestimmen sie die Schlagzeilen der Nachrichten. Manchmal bleibt auch der Name einer Stadt als Tatort im Gedächtnis. Doch oft genug nehmen wir solche Vorfälle eher nur als Randnotiz wahr. Wir vergessen zu schnell. Viel zu schnell. Ohne, dass es Journalisten bemerkt hätten, macht Karl-Heinz Stadzberger weiter. So, als ob nichts gewesen wäre. Heute ist er Redner beim Dritten Weg. Was ist das für eine Partei? Hier marschiert der Dritte Weg. Sie nennen es Heldengedenken für die Wehrmacht. Mehr als 200 Kameraden sind angereist, manche aus Tschechien oder Ungarn. Der Dritte Weg verehrt Hitlers Soldaten. Ein Totenkult um deutsche Krieger. Mittendrin entdecken wir Karl-Heinz Stadzberger. Als Terrorist verurteilt schreibt er im Gefängnis für eine rechtsextremistische Zeitschrift. 2008 wird er aus der Haft entlassen. Dann macht er weiter bei der Neonazi-Vereinigung Freies Netz Süd, bis diese im Juli 2014 verboten wird. Untertitelung im Auftrag des ZDF Herr Stadzberger, darf ich Sie was fragen für die ARD? Nein. Würden Sie wieder Terrorist werden? Jedenfalls. Welchen Eindruck haben Ihre Sicherheitsbehörden jetzt aktuell von diesem Dritten Weg? Das ist eine rechtsextremistische, antisemitische, menschenfeindliche Gruppierung. Wie gefährlich sind die? Das muss man betrachten im Kontext dessen, was Sie sagen und was Sie unterstützen. Und wir sehen bei dieser Gruppierung ganz fraglos, dass sie nicht bereit ist, sich von Gewalttaten hinreichend zu distanzieren. Karl-Heinz Stadzberger zusammen mit den Organisatoren des Aufmarsches. Tag, darf ich Sie mal was für die ARD fragen? Herr Kempen? Herr Gensch? Norman Kempen war führender Aktivist im verbotenen Nazi-Netzwerk Freies Netz Süd. Auch Toni Gensch zählte zu den führenden Kadern im verbotenen Freien Netz Süd. 2011 trat Gensch eine 26-monatige Haftstrafe an, unter anderem wegen Körperverletzung. Seit 2013 ist er raus. Jetzt gibt er Anweisungen beim Dritten Weg. Herr Gensch, wie viele Asylbewerberheime werden in 2016 brennen? Im Internet veröffentlicht die Neonazi-Truppe die Adressen von Flüchtlingsheimen. Gleichzeitig hetzt der Dritte Weg gegen Asylbewerber. Ihre Ideologie ist völkisch-biologistisch, sagt der Verfassungsschutz. Heute ehren sie die Wehrmacht. Über 250 von Ihnen stehen heute in dieser historischen Stadt Wunschede vor mir und gedenken die tapferten Soldaten bei der Weltkriege sowie allen Helden, die nach 1945 in Kriegsgefangenschaft ermordet wurden. Jeden Einzelnen von Ihnen gilt unser Dank. Sie haben nicht einfach die Heimat verlassen, als das Vaterland in Nordmacht. Sie haben tapfer und ehrenvoll gekämpft. Wir treffen Toni Gensch und Norman Kempen vor dem Oberlandesgericht München. Diesmal klagen sie. Kempken und Gensch wollen das Verbot ihrer Neonazi-Vereinigung kippen. Das freie Netz Süd sei kein Verein, sondern eine Kameradschaft. Deshalb greife kein Vereinsverbot. Doch am Ende bestätigt das Gericht das Verbot. Sind Sie denn jetzt eher am Ende oder am Anfang Ihrer Arbeit? Der dritte Weg mitten in München. Anmelder ist Norman Kempen. Es ist die Fortsetzung vom verbotenen Freien Netz Süd. Dabei war das Freie Netz Süd schon die Fortsetzung der verbotenen fränkischen Aktionsfront. Und die wurde aufgelöst, weil sie sich offen zu Hitler und der NSDAP bekannt. Kempkens Kundgebung richtet sich gegen Asylbewerber und andere Ausländer. Mehrere Neonazi-Kameraden sind angetreten. Einer von ihnen trägt eine grüne Armbinde mit der Aufschrift Presse. Thomas Schatt wurde 2004 verurteilt wegen Mitgliedschaft in der rechtsterroristischen Vereinigung, die den Anschlag auf das jüdische Zentrum verüben wollte. Heute filmt er für den dritten Weg Journalisten und politische Gegner. Nur wer stürmt, hat Lebensrecht. Das ist seine Einstellung. Benjamin Hager, laut Verfassungsschutz Bayern ein führender Rechtsextremist. National und revolutionär möchte er sein. Was meinen Sie mit revolutionär? Hager gehört zu einem neonazistischen Netzwerk in Südbayern von etwa 30 Personen. 2014 wurde Hager verurteilt wegen Erwerbs von Bombenbaumaterialien. Hager bestellte freiverkäufliche Chemikalien über Ebay. Für den Besitz gab es laut Gutachten und Gericht nur eine einzige Erklärung. Die Herstellung von Spreng- und Brandvorrichtungen. Das hatte Hager auch gestanden. Dafür verurteilte das Amtsgericht Traunstein Benjamin Hager zu 16 Monaten auf Bewährung und 2000 Euro Geldstrafe. Für seine Bewährung spielt es offenbar keine Rolle, dass Hager beim dritten Weg weitermarschiert für die nationale Revolution. Wie urteilen sonst die Gerichte, wenn Neonazis Sprengstoff beschaffen? Wenige Wochen, nachdem das ganze Ausmaß der NSU-Mordserie klar ist, liegt dem Oberlandesgericht Karlsruhe ein bemerkenswerter Fall vor. Ein Neonazi mit Chemikalien zum Bombenbau soll nicht wegen Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens angeklagt werden. Es geht um ihn, Thomas B., ein damaliger Stützpunktleiter der NPD-Jugend. Über das Internet bestellt Thomas B. Bombenbauchemikalien, Zünder und Anleitungen zum Bombenbau. Später wird die Polizei 22 Kilo Chemikalien bei ihm sicherstellen. Genug, um damit ein ganzes Haus in die Luft zu jagen. Ein Wohngebiet im baden-württembergischen Weil am Rhein. Hier wohnte der noch 22-jährige Thomas B. zu Hause bei seinen Eltern. Er kundschaftete dieses linke Kulturzentrum in Freiburg aus. Ein mögliches Ziel für einen Bombenanschlag, wie die ARD berichtete. Doch erwischt wird der Neonazi nicht etwa von den Behörden, sondern von der linksgerichteten Gruppierung Antifa. Wir haben gemerkt, der hat uns ins Visier genommen, der wollte uns angreifen. Also haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns schützen. Auf den Staat können wir uns nicht verlassen. Die Ermittlungsbehörden wussten von nichts. Die Antifa-Mitglieder hacken nach eigenen Aussagen Mails von Thomas B., in denen er sich mit Kameraden offen über potenzielle Angriffsziele austauscht. Zitat Für mich war eigentlich auch ziemlich klar, nach Aktenlage, die ich erkannte, wozu dieser Sprengstoff eigentlich verwendet werden sollte. Es wurden ja von diesen Leuten, bei denen der Täter ja tätig war, wurden ja, man kann sagen, Ermittlungen geführt, Erkundungen über die Antifa. Und da war für mich eigentlich klar, was mit dieser Bombe, die gebaut werden sollte, geschehen sollte. Die sichergestellten Chemikalien zum Bau einer großen Bombe. Was Thomas B. und sein Netzwerk damit wollten, war der Staatsanwaltschaft klar, seinem Richter auch. Und trotzdem, Thomas B. wird nicht angeklagt wegen Sprengstoff, sondern nur wegen unerlaubtem Waffenbesitz. Sein Sturmgewehr war zwar defekt, aber illegal. Seine Pistole dagegen durfte er besitzen. Ganz legal. Denn Thomas B. war im Schützenverein. 400 Rechtsextremisten verfügen derzeit über eine waffenrechtliche Erlaubnis. Es werden viele Waffen sichergestellt in der Neonazi-Szene. Es gibt aber auch legale Waffen, die diese Rechtsextremisten ganz legal besitzen dürfen. Warum dürfen eigentlich Neonazis Schusswaffen tragen? Also erstens hat Deutschland eines der wirklich strengsten Waffengesetze der Welt. Und wenn Verfassungsschutzämter einen erkannten Rechtsextremisten oder einen erkannten Rechtsextremen wahrnehmen, der sozusagen Waffenbesitz beantragt, dann wird das sofort gemeldet werden. Thomas B. wird wohl nicht gemeldet. Neonazis und Waffen. Immer wieder findet die Polizei bei Rechtsextremisten ganze Arsenale. Dieses halbautomatische Gewehr mit Zielfernrohr und mehr als 300 Schuss Munition stellten Beamte 2012 in einer Pension bei Berlin sicher. Die Polizei stellt fest, das Haus sollte gerade ein rechtes Schulungszentrum werden. Waffen, Ideologie, die darauf ausgeht, alles Fremde auszumerzen, systematische Schulung, systematisches Vorbereiten auf das Kämpfen und eine Ansage, nicht quatschen, sondern taten. Das erinnert wirklich an den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, das erinnert an das Zwickauer Trio. Gegen sechs Personen ermittelt die Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Bildung einer bewaffneten Gruppe. Das kann explodieren. Die können schon unterwegs sein, Morden oder Sprengsätze legen. Doch mangels Tatnachweis wird das Verfahren im März 2014 eingestellt. Die Waffen zu manchen Patronen werden nicht gefunden. So bleiben viele Fragen offen. Wer hat die fehlenden Waffen? Wer sollte geschult werden? Wollten Neonazis hier das Schießen mit scharfen Pistolen trainieren? Seit 2010 erfasste das Bundesamt für Verfassungsschutz 39 Schießübungen von Rechtsextremisten. Beschlagnahmte Kriegswaffen und Sprengstoffe aus der rechten Szene. Die Neonazis rüsten auf. Die einen bauen Bomben, die anderen zünden Heime an. Und bei Aufmärschen ziehen verurteilte Rechtsterroristen die Strippen. Polizei und Justiz scheinen diese Zusammenhänge nicht zu interessieren. Sie kennen sogar die Tatverdächtigen, verfolgen sie aber nicht konsequent. Zum Beispiel einen von ihnen. Sie nennen sich die Unsterblichen. Der Täter, nachdem die Polizei fahndet, gehörte zu ihnen. So wie hier marschierten die Unsterblichen mit weißen Totenmasken illegal durch mehr als 20 Städte, kreuz und quer in Deutschland. Anschließend stellten sie solche Aufnahmen von sich ins Internet. Möglichst bedrohlich und unheimlich, immer unterlegt mit dramatischer Musik. Zu 17 der Maskenträger kam die Polizei. Die Art und Weise, wie hier uniformiert auf die Straße gegangen wird, maskiert, mit Fackeln marschiert wird, fast im Gleichschritt. Und dabei nationalsozialistische Parolen gebrüllt werden, erinnern an Aufzüge aus dem Dritten Reich. Und das ist auch das Ziel dieser Gruppierung. Bei Razzien in Hamburg, Hannover und Umgebung stellen die Beamten Nazi-Propaganda, Waffen und Sprengstoff sicher. Nach einem der Unsterblichen wird gefahndet. Wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz. Polizeilich gesucht wird der Mann nun seit vier Jahren. Bundesweit werden sechs Rechtsextremisten wegen Verstößen gegen das Waffen- oder Sprengstoffgesetz polizeilich gesucht. Doch keiner der sechs Gesuchten wurde bislang zu einer öffentlichen Fahndung ausgeschrieben. Polizei und Justiz halten das für nicht erforderlich. Wie aber geht die Justiz mit Neonazis um, die mit Sprengstoff dingfest gemacht wurden? Hier in Sachsen-Anhalt vermutet die Polizei ein Neonazi-Sprengstoff-Depot. Eine Schlackehalde im Harz. Hunde führen die Polizisten zu dem geheimen Lager. Hier, im Unterholz versteckt, entdecken sie den Sprengstoff. Heute gehen wir mit Hendrik Kranat-Rizzi von der Mitteldeutschen Zeitung noch einmal an den Fundort. Er hat damals darüber berichtet. Was ist jetzt hier sichergestellt worden? Munitionsreste, offensichtlich auch Waffenreste und anderthalb Kilo TNT, anderthalb Kilo Schwarzpulver und die gleiche Menge Nitro-Penta sind hier sichergestellt worden. Das TNT war aus Weltkriegsmunition ausgebaut worden, aber immer noch hochexplosiv. Genug Sprengstoff, um mehrere Häuser dem Erdboden gleichmachen zu können. Der Sprengstoff gehörte einem von dieser Kameradschaft, Silvio Weiser. Aufgefallen war er bereits vor Jahren durch Sprengstoffdelikte. Schon damals bunkerte er kiloweise TNT und diese Weltkriegswaffen. Bei der Durchsuchung seines Hauses stellte die Polizei aber auch rechtsradikales Propagandamaterial sicher. Hendrik Kranat-Rizzi nimmt uns mit in seiner Redaktion, um uns mehr von seiner Recherche zu berichten. Wir hatten mit dem Verfassungsschutz gesprochen und der hatte Weiser schon länger auf dem Kieker. Der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt beobachtet Weiser auch während der laufenden Ermittlungen und berichtet über den TNT-Fund. Sieht den Verfassungsschutzbericht 2012 gerade da? Ich habe ihn auf dem Schirm. Können wir mal kurz drauf schauen? Ja, lesen Sie einfach kurz vor, was die da geschrieben haben. Tatverdächtiger ist ein bekannter Rechtsextremist aus dem Landkreis Harz, dem Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz vorgeworfen werden. Gegen den Angeschuldigten wurden zwischenzeitlich Anklage erhoben. Unter welcher Überschrift steht dieser Absatz? Unter dem Punkt Rechtsterrorismus. Rechtsterrorismus. Davon weiß die Polizei offenbar gar nichts. In seiner Vernehmung gab der Beschuldigte an, er sei also Sammler von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Er suchte im gesamten Harz nach solcher Munition, hat sie eigenständig auseinandergenommen und die einzelnen Bestandteile dann dort auf dem Grundstück gelagert. Er hat uns glaubhaft versichert, nichts mit diesen Sprengmitteln anfangen zu wollen, hatte also keinen terroristischen Anschlag oder ähnliches geplant. Zur selben Zeit sortiert der Verfassungsschutz den Fall unter Rechtsterrorismus ein. In seinem öffentlichen Bericht steht er gleich unter dem nationalsozialistischen Untergrund NSU. Die Staatsanwaltschaft hat zunächst erklärt, es handelt sich um Waffen nahe, Sprengstoff nahe, also Hinweise auf die rechte Szene wurden, die wir hatten, wurden verneint. Das gab es nicht. Der Innenminister des Landes hatte dann allerdings auf Nachfrage erklärt, dass es offensichtlich doch eine Verbindung in die rechte Szene gibt. Insofern ist das eine, dass wir Erkenntnisse haben, dass er dem rechten Gedankengut zugeneigt zu sein scheint. Aber auf der anderen Seite wäre es jetzt verfrüht zu sagen, dass diese Funde mit irgendeiner Aktivität da zusammenhängen. Das glaube ich nicht und im Augenblick habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir hier eine Gefährdung unserer Sicherheitslage haben. Sind die Sicherheitsbehörden und Innenpolitiker sensibel genug gegenüber Rechtsextremisten? Ja, aus der Erfahrung der Vergangenheit sind wir fest entschlossen, dass wir das Entstehen einer NSU-ähnlichen Verbindung nicht übersehen dürfen, bloß weil sie in den Anfangsphasen nicht erkennbar war. Also wir versuchen das Undenkbare mitzudenken bei der Vorbereitung, oder das Denkbare aus der Vergangenheit kann man das ja sagen, mitzudenken und vorbereitet darauf zu sein, genau dies zu verhindern. Deswegen sind wir so außerordentlich wachsam. Wie wachsam war hier die Staatsanwaltschaft? Wurde das Undenkbare tatsächlich mitgedacht? Wir gehen mit dem Zeitungskollegen zur zuständigen Staatsanwaltschaft Magdeburg. Doch die will uns dazu kein Interview geben. Anfangs wurde er ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz. Auf den Sprengstoff selber ist man kaum eingegangen. Und auf die Frage, ob der Mann nicht damit womöglich eine Bombe bauen würde? Das war überhaupt kein Thema. Also das spielte überhaupt keine Rolle in der Frage. Obwohl klar war, dass es sich nicht nur um Sprengstoff, also TNT und Schwarzpulver handelte, sondern auch um Nitropenta und Sprengkapseln. Die einzige Erklärung, die es damals gab, dass er das säuberlich getrennt aufbewahrt hat. Auf Facebook präsentiert sich Silvio Weiser mit schwarz-weiß-roter Fahne, einem Symbol der Neonazis. Und er marschiert weiter gegen Einwanderer. Hier bei einer Demonstration der extremistischen Partei Die Rechte, im September 2015 in Quettlinburg. Wir haben eine Geschichte, da ist ein polizeibekannter Neonazi mit 1,5 Kilogramm TNT und 1,5 Kilogramm Schwarzpulver festgenommen worden. Und die Staatsanwaltschaft stellt das Ermittlungsverfahren ein. 1,1. 1,5 Kilogramm TNT und 1,5 Kilogramm Schwarzpulver plus Sprengkapseln und so weiter. Und der ist wirklich bekannt als Neonazi. Der steht in einem Landesverfassungsschutzbericht unter Rechtsterrorismus aufgeführt. Und die Staatsanwaltschaft stellt ein und ich telefoniere mit dem Oberstaatsanwalt und frage, warum wird das eingestellt? Und der Staatsanwalt sagt zu mir, wir können ihm nicht nachweisen, dass er eine Bombe damit bauen wollte. Aha. Das war wahrscheinlich dann so ein Weihnachtsbastelvorhaben. Sie müssten eben praktisch nachweisen, dass der eine Bombe bauen wollte mit diesen 1,5 Kilo TNT. Und ich fragte den Staatsanwalt am Telefon, das ist ohne Kamera gewesen, ja was soll er denn sonst damit machen? Und dann sagt der Staatsanwalt zu mir, das wissen wir nicht, wir müssen es ihm ja beweisen. Also offensichtlich kann man da nichts machen. Und das sind Fälle, die verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Eine andere Geschichte? Ich glaube, wir müssen aufgrund der Überzeit, Sie haben ja, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja nichts. Okay, schade. Aber trotzdem vielen Dank. Gerne, geschehen. Danke. Danke. Die Sprengsätze, die gegen die Polizisten eingesetzt werden, nennen Staatsanwälte oft verharmlosend Böller oder Knallkörper. Gegen mehrere Beschuldigte wird ermittelt. Doch nur gegen einen, wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Die haben eine wahnsinnige Sprengwirkung. Wenn die in unmittelbarer Nähe detonieren, ist die Polizei auch ausgesetzt. Wir haben auch reagiert in Sachsen. Wir statten unsere Polizeibeamten noch mit mehr Körperschutzausstattungen aus, die in solchen Umfeld auch mit Sand. Sind Beamte verletzt worden durch solche Sprengsätze? Ja, wir haben bei Demonstrationen von unterschiedlichsten Lagerungen her schon auch diese Läufe. Es gibt auch Beamte, die verletzt wurden. Woher haben die Gewalttäter diese Sprengsätze? Die Recherchen führen uns nach Polen. Hier sind die Gesetze anders. Neben T-Shirts und Flaggen gibt es auch Schusswaffen und Munition. Dann bekommt unser Informant Sprengsätze angeboten, die in Deutschland wegen ihrer Sprengkraft verboten sind. Pyrotechnik einfach so zu kaufen. Die Bundespolizei warnt seit Jahren vor illegaler Pyrotechnik aus Polen. Die scheint in Deutschland sehr beliebt zu sein. Alleine in Thüringen hat die Polizei 20.000 illegale Sprengsätze aus Polen beschlagnahmt. Nur im Dezember 2015. Wir wollen wissen, wie leicht man an sogenannte Polenböller kommt. Bei einem der Verkäufer erkundigt sich unser Informant nach noch stärkerer Pyrotechnik. Niemand misstraut ihm. Keiner fragt, was er mit den Sprengsätzen will. Er wird in ein Gardinengeschäft geschickt. Der Vorhang-Verkäufer führt ihn ins hinterste Eck des Ladens. Ich weiß von den Kindern, dass die Kinder nachts nicht durchschlafen, sondern wirklich auch schreiend aufwachen, um noch diese ganzen Bilder zu verarbeiten. Und bei einer anderen Familie war es zum Beispiel auch so, das Kind hat monatelang nicht mehr gesprochen. Nach diesem Anschlag? Also nicht nach dem Anschlag, sondern nachdem sie hier in Deutschland angekommen sind, hat es monatelang nicht gesprochen. Also mit der Flucht sozusagen hat es die Sprache verloren. Die Politiker fragen sich, wie können Flüchtlingskinder zu Anschlagszielen werden? Was geschieht, bevor jemand eine Bombe zündet? Intoleranz und Rassismus äußern sich keinesfalls erst in Gewalt. Gefährlich sind nicht nur Extremisten. Gefährlich sind auch diejenigen, die Vorurteile schüren, die ein Klima der Verachtung erzeugen. Wie wichtig sind daher Sensibilität und ein waches Bewusstsein dafür, wann Ausgrenzung, wann Abwertung beginnt. Gleichgültigkeit und Unachtsamkeit stehen oft am Anfang eines Prozesses der schleichenden Verrohung des Geistes. Aus Worten können Taten werden. In welchem Klima konnte der Anschlag von Freiberg verübt werden und folgenlos bleiben? Vier Monate danach. Die Stadtverwaltung hat eingeladen zu einem Gespräch über Asylbewerber. Anwohner haben sich beschwert, zum Beispiel über Lärmbelästigung durch Kinder aus dem Heim. Manches klingt wie eine Rechtfertigung für den Anschlag. Ich stelle mir vor den letzten Monaten eigentlich die Frage, warum müssen sich die Bürger und Asyl fürchten, bevor was getan wird? Es ist ja nicht bloß die Veranstaltung hier in Freiberg, es ist ja auch in Brand-Ernstburg, die Veranstaltung, die ich mit beobachten durfte. Das Volk fürchtet sich. Der Staat muss nie erst warten, bis irgendwie noch was passiert. Wir müssen nur die Bürger vielleicht schützen, bevor sie sich die Hände selbst schmutzig machen. Dass vielleicht jemand überreagiert, kann dadurch passieren. Die Hände selbst schmutzig machen? Überreagiert? Was ist damit gemeint? Alleine diese Aussagen, es ist mit dem Wohlstand vorbei, auf welchen hohen Wohlstand leben wir denn eigentlich? Die nehmen uns die Arbeit weg, kenne ich alle diese Parolen. Dann ist das nichts anderes, wie Leute einzuschüchtern oder man kann auch den Begriff gebrauchen. Tut doch endlich mal was da dagegen. Die Politik macht schon nichts. Aber das kann es nicht sein. Auch Iris Mayer ist bei dem Anwohnergespräch dabei. Auch sie ergreift das Wort. Die Aussagen, es ist mit dem Wohlstand vorbei, auf welchen hohen Wohlstand leben wir denn eigentlich? Die nehmen uns die Arbeit weg, kenne ich alle diese Parolen. Dann ist das nichts anderes, wie Leute einzuschüchtern oder man kann auch den Begriff gebrauchen. Tut doch endlich mal was da dagegen. Die Politik macht schon nichts. Aber das kann es nicht sein. Auch Iris Mayer ist bei dem Anwohnergespräch dabei. Auch sie ergreift das Wort. Mein Anliegen ist jetzt ganz speziell, wirklich auch Kinder und Familien, die hier in Deutschland ankommen möchten, einen bisschen Weg ins Leben zu finden. Und ich kann es schwer aushalten, dass es eine große Antistimmung ist. Ich möchte auch gerne einfach abgehören daran. Das sind Menschen, die haben was Schlimmes teilweise erlebt. Und ich möchte, dass sie die Leute dann halten dürfen. Doch mit dieser Haltung bleibt Iris Mayer heute allein. Die Stimmung ist gegen Flüchtlinge und sogar gegen die Polizei. Das, was momentan läuft, ob hier im Freistaat Sachsen, ob in anderen Bundesländern, das hat schon eine Art Prokromstimmung. Wissen Sie, das beschäftigt einen schon. Wenn jemand auffordert, ich fordere alle auf, den Mervitz aufzuhängen. Dass das passiert? Ja. Und ich kann damit umgehen. Ich muss auch mit meiner Familie darüber reden. Es sind doch andere. Es ist nicht nur der Polizeipräsident. Es sind Oberbürgermeister. Ich sage das ganz ehrlich, das habe ich mir nicht träumen lassen. Aber Träumereien, den darf man sich nicht hingeben, das ist Realität. In Freital, ganz in der Nähe von Freiberg, flog das Auto des Vorsitzenden der linken Stadtratsfraktion in die Luft. Die Gefährlichkeit dieser Anschläge, man hat nicht nur in Sachsen, auch bundesweit zugenommen. Und das stellt uns auch vor völlig neue Herausforderungen. Völlig neu. Und in Freital gab es zwei Sprengstoff-Explosionen vor den Unterkünften von Flüchtlingen. Ein Mensch wurde dabei verletzt. In Dresden traf es ein alternatives Wohnprojekt. Sieben Sprengstoff-Explosionen in 2015. In einem Umkreis von 50 Kilometern. Brandt-Erbisdorf und Freiberg sind hier nur sechs Kilometer voneinander entfernt. Beides mal selbst gebaute Sprengsätze. Suchen Sie da konkret nach Zusammenhängen zwischen solchen Fällen? Natürlich. Alle derartigen Sprengstoffanschläge, das ist auch nicht nur, dass wir das hier in Sachsen... Warum sind wir nicht früher aufmerksam geworden? Warum konnten wir das nicht verhindern? Genau zwei Jahre später. Die Bundesregierung hat die Antworten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas vor der Bundespressekonferenz. Ihre Erkenntnisse? Erstens, Polizei und Justiz haben versagt. Ein zweiter Punkt, der sicherlich von großer Bedeutung ist, ist, dass es anscheinend keine ausreichende Sensibilität gegenüber den rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstigen menschenverachtenden Motive gegeben hat im Zusammenhang mit den Morden der NSU. Was haben Staatsanwälte und Richter aus dem Fall NSU gelernt? Wie sensibel ist man bei der Justiz heute gegenüber den Hassmotiven der Rechten? Wir werden sehen. Wen hatten die Täter in Freiberg im Visier? Unter anderem diese Kinder, die zum Zeitpunkt des Anschlags im Heim wohnten. Einige von ihnen kommen aus Syrien. Iris Meier aus Freiberg und weitere ehrenamtliche Helferinnen betreuen die Kleinen. Hamza und die Naya sind mit Mama und Oma hier. Die kommen aus Syrien. Jetzt kommt der Hamza. Kinder, die ohnehin schon vieles mitgemacht haben. Ich weiß von den Kindern, dass die Kinder nachts nicht durchschlafen, sondern wirklich auch schreiend aufwachen, um noch diese ganzen Bilder zu verarbeiten. Und bei einer anderen Familie war es zum Beispiel auch so, das Kind hat monatelang nicht mehr gesprochen. Nach diesem Anschlag? Also nicht nach dem Anschlag, sondern nachdem sie hier in Deutschland angekommen sind, hat es monatelang nicht gesprochen. Also mit der Flucht sozusagen hat es die Sprache verloren. Sie treibt Risse mitten durch unsere Säle. Die Politiker fragen sich, wie können Flüchtlingskinder zu Anschlagszielen werden? Was geschieht, bevor jemand eine Bombe zündet? Intoleranz und Rassismus äußern sich keinesfalls erst in Gewalt. Gefährlich sind nicht nur Extremisten. Gefährlich sind auch diejenigen, die Vorurteile schüren, die ein Klima der Verachtung erzeugen. Wie wichtig sind daher Sensibilität und ein waches Bewusstsein dafür, wann Ausgrenzung, wann Abwertung beginnt. Gleichgültigkeit und Unachtsamkeit stehen oft am Anfang eines Prozesses der schleichenden Verrohung des Geistes. Aus Worten können Taten werden. Der Gegendemonstranten, die von Oliver Roeschs Sprengsatz verletzt wurden, gehen mit uns zurück an den Tatort. Das ist die Szene, wo der Sprengsatz gerade explodiert ist. Ein Polizist hat die Tat gefilmt. Und selbst das hat sie nicht abgeschreckt. Selbst die Tatsache, dass sie mit Kameras begleitet wurden von der Polizei. Das ist dann die Wundversorgung, die durchgeführt wurde von den Sanitätern. Ja, es war eigentlich gut, dass wir dann zusammen ins Krankenhaus gefahren sind. Also das, dann konnte man so gemeinsam noch ein bisschen runterkommen und das hat schon geholfen. Das ist dann ein Bild von mir am Tag danach, wo man eben auch nochmal sieht, wie eben das Auge zugeschwollen ist mit den Wunden und auch den Schürfwunden im Gesicht. Herr Roesch, tun Ihnen eigentlich die Verletzten von Dortmund weit? Die Ermittlungsakten. Zwei Jahre hat die Staatsanwaltschaft Zeugen vernommen, Handys und Videos der Täter ausgewertet, Munition und Sprengstoff begutachten lassen. Außer der Rohrbombe fand die Polizei auch Videos von Sprengversuchen der Täter und Zündschnüre. Rösch hatte seinem Kameraden, der die Bombe gebaut hatte, in einer Handynachricht angedeutet, was er damit wollte. Den Angeklagten war ja zur Last gelegt worden, hier Umgang gehabt zu haben mit einem Sprengsatz, mit dieser Rohrbombe unter anderem. Und es gab Überlegungen nach Aktenlage und nach dem Ergebnisbeweisaufnahme, hier diese Rohrbombe möglicherweise an einem Flugzeug, an einem Modellflugzeug zu befestigen. Und dann abzuwerfen über einem Antifa-Camp. Das ferngesteuerte Flugzeug der Neonazis hat laut Staatsanwaltschaft tatsächlich die Tragkraft für die Rohrbombe. Roesch baut eine Brandbombe, die er Napalmbombe nennt. Sein Kamerad baut Sprengsätze und die Rohrbombe für das Flugzeug. Als die Polizei kommt, ist das Flugzeug voll flugfähig. Nur eine Abwurfvorrichtung für die Rohrbombe fehlt noch. Der Gutachter hat in seiner Vernehmung ganz klar dargelegt, wie gefährlich diese Rohrbombe tatsächlich war, einsatzbereit. Dass von der Rohrbombe aufgrund der eingebrachten Metallkette doch eine ganz erhebliche Splitterwirkung auch ausging. Wie viele Menschen wollten Sie eigentlich verletzen mit der Bombe oder töten? Oliver Roesch und sein Kamerad verabreden sich im Regionalzug nach Freiburg. An dieser Station steigt Roesch zu. Im letzten Wagen findet das Treffen statt. Den Ermittlungsakten zufolge fahren die beiden mit einem Karton nach Freiburg. In dem Karton befindet sich die Rohrbombe. Roesch ist zu diesem Zeitpunkt schon vorbestraft wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. Die Politik macht schon nichts. Aber das kann es nicht sein. Auch Iris Mayer ist bei dem Anwohnergespräch dabei. Auch sie ergreift das Wort. Mein Anliegen ist jetzt ganz speziell, wirklich auch Kinder und Familien, die hier in Deutschland ankommen möchten, einen bisschen Weg ins Leben zu finden. Und ich kann es schwer aushalten, dass es eine große Antistimmung ist. Ich möchte auch gerne einfach appellieren daran, das sind Menschen, die haben was Schlimmes teilweise erlebt. Und ich möchte, dass sie die Bürgerin halten dürfen. Doch mit dieser Haltung bleibt Iris Mayer heute allein. Die Stimmung ist gegen Flüchtlinge und sogar gegen die Polizei. Das, was momentan läuft, ob hier im Freistaat Sachsen, ob in anderen Bundesländern, das hat schon eine Art Prokromstimmung. Wissen Sie, das beschäftigt einen schon, wenn jemand auffordert, ich fordere alle auf, den Mervitz aufzuhängen. Dass das passiert? Ja. Und ich kann damit umgehen. Ich muss auch mit meiner Familie darüber reden. Es sind doch andere. Es ist nicht nur der Polizeipräsident. Es sind Oberbürgermeister. Ich sage das ganz ehrlich, das habe ich mir nicht träumen lassen. Aber Träumereien, den darf man sich nicht hingeben, das ist Realität. In Freital, ganz in der Nähe von Freiberg, flog das Auto des Vorsitzenden der linken Stadtratsfraktion in die Luft. Die Gefährlichkeit dieser Anschläge, man hat nicht nur in Sachsen, auch bundesweit zugenommen. Und das stellt uns auch vor völlig neue Herausforderungen. Völlig neu. Und in Freital gab es zwei Sprengstoff-Explosionen vor den Unterkünften von Flüchtlingen. Ein Mensch wurde dabei verletzt. In Dresden traf es ein alternatives Wohnprojekt. Sieben Sprengstoff-Explosionen in 2015. In einem Umkreis von 50 Kilometern. Brand-Erbisdorf und Freiberg sind ja nur sechs Kilometer voneinander entfernt. Beides mal selbst gebaute Sprengsätze. Suchen Sie da konkret nach Zusammenhängen zwischen solchen Fällen? Natürlich. Alle derartigen Sprengstoff-Anschläge, das ist auch nicht nur, dass wir das hier in Sachsen, Freiberg, Brand-Erbisdorf, gleiche Begehungsweise. Da sind wir uns drüber im Klaren. Vom objektiven Befund her, also den Untersuchungen, die auch geführt wurden, da gibt es einen Dazusammenhang. Auf dem Gelände dieser Flüchtlingsunterkunft explodieren innerhalb von vier Monaten zwei Sprengsätze. Alle derartigen Sprengstoff-Anschläge, das ist auch nicht nur, dass wir das hier in Sachsen, Freiberg, Brand-Erbisdorf, gleiche Begehungsweise. Da sind wir uns drüber im Klaren. Vom objektiven Befund her, also den Untersuchungen, die auch geführt wurden, da gibt es einen Dazusammenhang. Auf dem Gelände dieser Flüchtlingsunterkunft explodieren innerhalb von vier Monaten zwei Sprengsätze. Wir fragen das sächsische Innenministerium, wie oft wurden 2015 in Sachsen Anschläge mit Sprengstoff verübt. Die Antwort, einmal in Freiberg und einmal in Freital. Die anderen fünf Explosionen führt die Landesregierung nicht auf. Zu den beiden hier in Brand-Erbisdorf gibt es nicht einmal einen Polizeibericht. Dann hatten wir recherchiert, dass manche Anschläge, auch Sprengstoff-Explosionen, dass es dazu gar keine Polizeiberichte gab. Müsste das eigentlich sein oder sagen Sie, das hängt vom Fall ab? Oder würden Sie sagen, bei Sprengstoff-Explosionen muss es einfach einen Polizeibericht geben? Also Sie tragen mir jetzt Fälle vor, die ich im Einzelnen nicht kenne, aber wenn es ein Sprengstoff-Attentat war, dann muss es einen Polizeibericht geben. In Brand-Erbisdorf wird nach der zweiten Explosion ein 50-jähriger Mann gefasst. Er hatte einen Asylbewerber mit einem Messer verletzt und dabei geschrien, ich schlachte die Ausländer ab. Das Amtsgericht Chemnitz verurteilte ihn wegen Körperverletzung. Aber die Ermittlungen wegen Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion stellte die Staatsanwaltschaft ein, weil keine konkrete Gefährdung vorgelegen habe. Das Ermittlungsverfahren wegen Sprengstoff wird eingestellt, weil man sagt, da liegt keine Gefährdung vor. Es gab keinen Sachschaden, keinen Personenschaden. Das verstehe ich nicht, warum man dann das Ermittlungsverfahren einstellen kann. Das ist juristisch wahrscheinlich richtig, aber verstehen Sie das? Können Sie es mir erklären? Nein, kann ich Ihnen nicht erklären. Emilie Habers Minister, Thomas de Maizière, stellt sich den Fragen besorgter Bürger in Sachsen. Der Bundesinnenminister hat sich darauf eingelassen, den Einwohnern Rede und Antwort zu stehen, ungefiltert. Thomas de Maizière weiß, hier wird er angegriffen werden. Wie sollte ich denn mein Wohnstück noch schützen? Es ist auch so, dass die Bevölkerung meiner Meinung nach besser informiert werden muss. Der NPD-Funktionär hat seinen Auftritt und will dem Bundesinnenminister vor laufenden Kameras eine Anzeige gegen die Bundeskanzlerin übergeben. Die Erscheinung getreten waren und oft aus dem Umfeld der NPD oder anderen Rechtsextremisten. Ein Drittel. Zwei Drittel aber aus der Region und vielleicht anderswo polizeilich in Erscheinung getreten, aber nicht im rechtsextremen Umfeld. Die wenigsten Verdächtigen seien also in Neonazi-Strukturen organisiert. Ist das so? Oder stehen hinter den Brandanschlägen nicht doch Hintermänner, die überregional vernetzt sind? An einem der Tatorte nahe Ludwigshafen suchen wir nach Spuren. Abgebranntes Baumaterial vor Wohncontainern. Hier sollten 18 Flüchtlinge untergebracht werden. Kurz zuvor verübten Unbekannte einen Anschlag mit Brandbeschleuniger. War es ein spontaner Angriff oder gab es Anstifter? Die Polizei sucht nach Zeugen und Tätern. Wie wurde der Anschlag vorbereitet? Was ging ihm voraus? Nicht weit entfernt vom Tatort hatte sich zwei Wochen zuvor eine Gruppe von Rechtsextremisten versammelt. Wir treffen einen, der sie beobachtet hat. Es war eine besonders radikale Gruppe. Sie nennt sich der Dritte Weg. Hier ist so der Platz, an dem die Infostände stattgefunden haben und an dem auch Demonstrationen, Kundgebungen stattgefunden haben vom Dritten Weg. Ja, also es war natürlich immer das Thema Flüchtlinge, Asyl. Das ist das bestimmte Thema. Und es ging halt hier um die Flüchtlingsunterkunft in Limburger Hof, die hier gebaut, in dem Fall noch im Bau war. Also konkret um die? Konkret um die natürlich, ja. Und das sieht man auch anhand der Zettel und Flugblätter, die verteilt worden sind. Es gibt einen offenen Brief zum Thema Asylproblematik. Es gibt hier diese Flugblätter. Einmal Asylmissbrauch in Deutschland stoppen. Und Asylpolitik der etablierten Politik ist Teuchelei. Und das haben die hier verteilt? Genau. Genau vor dem Anschlag? Ja, genau. Das wurde hier auch verteilt. Genau. Rüdiger Stein machte eine brisante Entdeckung. Unter den Demonstranten waren auch Neonazis mit Sprengstofferfahrung. Also hier kann man sehen, das ist die Demonstration am 23.05. Im Jahr 2015 jetzt hier in Limburger Hof in Ludwigshafen. Und da war unter den Demo-Teilnehmern des Dritten Wegs auch der Herr Stadzberger aus München, der ja schon verurteilt worden ist wegen versuchten terroristischen Anschlag. Und der ist an diesem Tag bei beiden Demonstrationen auch mit dabei gewesen. Man sieht es hier schön mit dem T-Shirt, dem Logo der Partei, der Dritte Weg. Und auf dem Bild hier kann man den Herrn Wiese sehen, der auch wegen Rechtsterrorismus verurteilt worden ist, der auch beim Dritten Weg ist. Wer ist Martin Wiese? Sicherheitsstufe 1 im Münchner Landgericht. Schwer bewacht wird Martin Wiese heute Morgen in den Verhandlungssaal geführt. Der wohl gefährlichste Neonazi Deutschlands soll keine Schurpumpe. Rösch ist zu diesem Zeitpunkt schon vorbestraft wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. In Freiburg gehen sie am Abend in diese Kneipe in der Altstadt. Hier trinken sie und schmieden Anschlagspläne. Am frühen Morgen gehen sie auf diesen Parkplatz in Freiburg und testen einen der Sprengsätze. Wurde hier ein Terrorakt vorbereitet? Staatssekretärin Emily Haber ist, direkt unter Bundesinnenminister Thomas de Maizière, verantwortlich für die innere Sicherheit Deutschlands, für die Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus. Wie entschlossen muss dieser Staat denn gegen Rechtsextremismus, Militanten, Rechtsextremismus vorgehen? Da kann ich nur sagen, mit der ganzen Härte des Rechtsstaates müssen wir bereit sein, gegen diese Phänomene vorzugehen. Sie haben jetzt bewusst das Wort Terror gar nicht ausgesprochen? Wir müssen bei dem Begriff Rechtsterrorismus genau uns anschauen, ob es tatsächlich eine Bewegung ist, ob wir sehen, dass Gewalttäter sich miteinander vernetzen. Und bisher ist unser Eindruck, dass die Phänomene noch lokal sind, dass die meisten der Täter, zwei Drittel der Täter, im lokalen Umfeld agieren, dass sie nicht überregional vernetzt sind. Wie stark war die Gruppe um Oliver Roesch vernetzt? Angela Formaniak, die Vertreterin der Nebenklage, hat seine Verbindungen in der Neonazi-Szene genau untersucht. Es gibt ganz klar Zusammenhänge, die waren gut vernetzt in der süddeutschen Nazi-Szene, hatten Kontakte in alle möglichen Richtungen. Roesch und seine Kameraden geben vor Gericht alles zu. Aber sie behaupten, die Anschlagspläne wieder verworfen zu haben. Bevor die Polizei die Bombe sicherstellte. Staatsanwalt Florian Rink stellt deshalb die Ermittlungen wegen Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens ein. So wie es die Angeklagten dargestellt haben, sollte es sich hierbei nur um eine Suff-Ede handeln. Man konnte auch nicht feststellen, dass es hier wirklich ernst gemeint war. Auch die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass das eben ein Schwadronieren letztendlich war, über Möglichkeiten einen solchen Sprengsatz einzusetzen, der nicht ernsthaft in die Tat umgesetzt werden sollte. Aber die Rohrbombe war einsatzbereit? Die Rohrbombe war hergestellt durch den Angeklagten, war an sich einsatzbereit und auch, wie wir von dem Sachverständigen in der Hauptverhandlung gehört haben, entsprechend gefährlich. Suffköpfe oder Waffennarren. So nennen Staatsanwälte und Richter Neonazis häufig. Sie meinen, dass das passiert. Ja, und ich kann damit umgehen. Ich muss auch mit meiner Familie darüber reden. Es sind doch andere. Es ist nicht nur der Polizeipräsident. Es sind Oberbürgermeister. Ich sage das ganz ehrlich, das habe ich mir nicht träumen lassen. Aber Träumereien, den darf man sich nicht hingeben, das ist Realität. In Freital, ganz in der Nähe von Freiberg, flog das Auto des Vorsitzenden der linken Stadtratsfraktion. Die Gefährlichkeit dieser Anschläge, man hat nicht nur in Sachsen, auch bundesweit zugenommen. Und das stellt uns auch vor völlig neue Herausforderungen. Völlig neu. Und in Freital gab es zwei Sprengstoff-Explosionen vor den Unterkünften von Flüchtlingen. Ein Mensch wurde dabei verletzt. In Dresden traf es ein alternatives Wohnprojekt. Sieben Sprengstoff-Explosionen in 2015. In einem Umkreis von 50 Kilometern. Brand-Erbisdorf und Freiberg sind ja nur sechs Kilometer voneinander entfernt. Beidesmal selbstgebaute Sprengsätze. Suchen Sie da konkret nach Zusammenhängen zwischen solchen Fällen? Natürlich. Alle derartigen Sprengstoff-Anschläge, das ist auch nicht nur, dass wir das hier in Sachsen, Freiberg, Brand-Erbisdorf, gleiche Begehungsweise. Da sind wir uns drüber im Klaren. Vom objektiven Befund her, also den Untersuchungen, die auch geführt wurden, da gibt es einen Tatszusammenhang. Auf dem Gelände dieser Flüchtlingsunterkunft explodieren innerhalb von vier Monaten zwei Sprengsätze. Wir fragen das sächsische Innenministerium, wie oft wurden 2015 in Sachsen Anschläge mit Sprengstoff erübt. Die Antwort, einmal in Freiberg und einmal in Freital. Die anderen fünf Explosionen führt die Landesregierung nicht auf. Zu den beiden hier in Brand-Erbisdorf gibt es nicht einmal einen Polizeibericht. Dann hatten wir recherchiert, dass manche Anschläge, auch Sprengstoff-Explosionen, dass es dazu gar keine Polizeiberichte gab. Müsste das eigentlich sein? Oder sagen Sie, das hängt vom Fall ab? Oder würden Sie sagen, bei Sprengstoff-Explosionen muss es einfach einen Polizeibericht geben? Also, Sie tragen mir jetzt Fälle vor, die ich im Einzelnen nicht kenne. Aber wenn es ein Sprengstoff-Attentat war, dann muss es einen Polizeibericht geben. In Brand-Erbisdorf wird nach der zweiten Explosion ein 50-jähriger Mann gefasst. Er hatte einen Asylbewerber mit einem Messer verletzt und dabei geschrien... ...stellen kann. Das ist juristisch wahrscheinlich richtig, aber verstehen Sie das? Können Sie es mir erklären? Nein, kann ich Ihnen nicht erklären. Emilie Habers Minister, Thomas de Maizière, stellt sich den Fragen besorgter Bürger in Sachsen. Der Bundesinnenminister hat sich darauf eingelassen, den Einwohnern Rede und Antwort zu stehen. Ungefiltert. Thomas de Maizière weiß, hier wird er angegriffen werden. Wie soll ich denn mein Grundstück noch schützen? Es ist auch so, dass die Bevölkerung meiner Meinung nach besser informiert werden muss. Ja, guten Tag, Herr Bundesinnenminister. Mein Name ist Peter Schreiber. Ich bin Vorsitzender der NPD-Kreisvermeisen. Der NPD-Funktionär hat seinen Auftritt und will dem Bundesinnenminister vor laufenden Kameras eine Anzeige gegen die Bundeskanzlerin übergeben. Frau Merkel ist eine Hochverräterin. Frau Merkel sei eine Hochverräterin. Also, ähm... Sie sollten sich lieber zum Bild distanzieren, oder? Bitte Ruhe. Ruhe. Jetzt will ich einmal eben, einmal eben, einmal eben, einmal eben, äh, zitieren, was der Herr von der NPD gesagt hat. Ich soll mich von Frau Merkel distanzieren, Komma, so lange noch Zeit ist. Oh nein. Was ist denn das für ein Satz? Und da muss ich mal sagen, auch da hört bei mir jede Form von Dialogfähigkeit auf, das muss ich mal sagen. Wenn es um Ausländer geht, endet der Dialog manchmal ganz abrupt. Diese Erfahrung hat Thomas de Maizière nun schon wiederholt gemacht. Ich bin Chef des THW. Da haben Helfer, das freiwillige Helfer des THW in Niederauw Betten aufgebaut. Und da sind zum ersten Mal in Deutschland THW-Helfer angegriffen worden, beleidigt worden, ähm, weil sie anderen Flüchtlingen geholfen haben. Muss man sich mal vorstellen. Neonazis werfen Sprengsätze auf Polizisten, die ein Flüchtlingsheim schützen wollen. Diese Bilder stellen die Rechtsradikalen selbst ins Internet. Fakt ist, dass die Polizeibeamten gezielt, organisiert, angegriffen wurden. Und das in einer massiven Art und Weise, dass wir eben diese sehr vielen verletzten Polizeibeamten verzeichnen mussten. Und das bedeutet natürlich, dass wir eine Eskalationsstufe erreicht haben, die wir so noch nicht erlebt haben. Die Sprengsätze, die gegen die Polizisten eingesetzt werden, nennen Staatsanwälte oft verharmlosend Böller oder Knallkörper. Gegen mehrere Beschuldigte wird ermittelt. Doch nur gegen einen, wegen Verstößen, gegen das Sprengstoffgesetz. Mal bleibt auch der Name einer Stadt als Tatort im Gedächtnis. Doch oft genug nehmen wir solche Vorfälle eher nur als Randnotiz wahr. Wir vergessen zu schnell. Viel zu schnell. Ohne, dass es Journalisten bemerkt hätten, macht Karl-Heinz Statzberger weiter. So, als ob nichts gewesen wäre. Heute ist der Redner beim Dritten Weg. Was ist das für eine Partei? Hier marschiert der Dritte Weg. Sie nennen es Heldengedenken für die Wehrmacht. Mehr als 200 Kameraden sind angereist, manche aus Tschechien oder Ungarn. Der Dritte Weg verehrt Hitlers Soldaten. Ein Totenkult um deutsche Krieger. Mittendrin entdecken wir Karl-Heinz Statzberger. Als Terrorist verurteilt, schreibt er im Gefängnis für eine rechtsextremistische Zeitschrift. 2008 wird er aus der Haft entlassen. Dann macht er weiter bei der Neonazi-Vereinigung Freies Netz Süd, bis diese im Juli 2014 verboten wird. Herr Statzberger, darfst du etwas fragen für die ARD? Nein. Würden Sie wieder Terrorist werden? Jedenfalls. Welchen Eindruck haben Ihre Sicherheitsbehörden jetzt aktuell von diesem Dritten Weg? Das ist eine rechtsextremistische, antisemitische, menschenfeindliche Gruppierung. Wie gefährlich sind die? Das muss man betrachten im Kontext dessen, was Sie sagen und was Sie unterstützen. Und wir sehen bei dieser Gruppierung ganz fragtlos, dass sie nicht bereit ist, sich von Gewalttaten hinreichend zu distanzieren. Karl-Heinz Statzberger zusammen mit den Organisatoren des Aufmarsches. Tag, darfst du mal was für die ARD fragen, Herr Kempken, Herr Gensch? Norman Kempken war führender Aktivist im verbotenen Nazi-Netzwerk Freies Netz Süd. Auch Toni Gensch zählte zu den führenden Kadern im verbotenen Freien Netz Süd. 2011 trat Gensch eine 26-monatige Haftstrafe an, unter anderem wegen Körperverletzung. Seit 2013 ist er raus. Jetzt gibt er Anweisungen beim Dritten. Er hatte einen Asylbewerber mit einem Messer verletzt und dabei geschrien, ich schlachte die Ausländer ab. Das Amtsgericht Chemnitz verurteilte ihn wegen Körperverletzung. Aber die Ermittlungen wegen Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion stellte die Staatsanwaltschaft ein, weil keine konkrete Gefährdung vorgelegen habe. Das Ermittlungsverfahren wegen Sprengstoff wird eingestellt, weil man sagt, da liegt keine Gefährdung vor. Es gab keinen Sachschaden, keinen Personenschaden. Das verstehe ich nicht, warum man dann das Ermittlungsverfahren einstellen kann. Das ist juristisch wahrscheinlich richtig, aber verstehen Sie das? Können Sie es mir erklären? Nein, kann ich Ihnen nicht erklären. Emily Habers Minister, Thomas de Maizière, stellt sich den Fragen besorgter Bürger in Sachsen. Der Bundesinnenminister hat sich darauf eingelassen, den Einwohnern Rede und Antwort zu stehen, ungefiltert. Thomas de Maizière weiß, hier wird er angegriffen werden. Der NPD-Funktionär hat seinen Auftritt und will dem Bundesinnenminister vor laufenden Kameras eine Anzeige gegen die Bundeskanzlerin übergeben. Frau Merkel sei eine Hochverräterin. Jetzt will ich einmal eben zitieren, was der Herr von der NPD gesagt hat. Ich soll mich von Frau Merkel distanzieren, solange noch Zeit ist. Was ist denn das für ein Satz? Und da muss ich mal sagen, auch da hört bei mir jede Form von Dialogfähigkeit auf. Das muss ich mal sagen. Wenn es um Ausländer geht, endet der Dialog manchmal ganz abrupt. Diese Erfahrung hat Thomas de Maizière nun schon wiederholt gemacht. Ich bin Chef des THW. Da haben freiwillige Helfer des THW in Niederau Betten aufgebaut. Und da sind zum ersten Mal in Deutschland THW-Helfer angegriffen worden, beleidigt worden, weil sie anderen Flüchtlingen geholfen haben. Muss man sich mal vorstellen. Neonazis werfen Sprengsätze auf Polizisten, die ein Flüchtlingsheim schützen wollen. Diese Bilder stellen die Rechtsradikalen selbst ins Internet. Fakt ist, dass die Polizeibeamten gezielt sind.